Hallo, ich bin Laila Wenk. Ich lerne Fassadenbauerin und zeige euch, was ich in meinem Alltag mache. An der Fassade gefällt mir die ganze Ästhetik und die verschiedenen Möglichkeiten, eine Fassade zu bekleiden. Der Beruf macht für mich aus, dass es sehr vielseitig ist. Es sind keine Details gleich wie das andere. Und auch am Schluss siehst du, was du geleistet hast. Auch deinen Kollegen kannst du zeigen, was ich gemacht habe. Und da kannst du stolz darauf sein. Als Fassadenbauer ist die Zusammenarbeit mit anderen Prüben sehr wichtig. Wie zum Beispiel am Dach mit dem Abdichter oder mit dem Dachdecker. Und am Fassadenfuss wie zum Beispiel mit dem Gärtner. Nach der Lehre hast du sehr viele Möglichkeiten, an was die Weiterbildung angeht. Auf diesem Beruf kannst du dich sehr gut und weit weiterbilden. Durch Gruppenleiter und nachher weiter hoch bis zum Polier und zum Meister. Also mitbringen musst du sicher Motivation, handwerkliche Geschicklichkeit, Freude am draussen zu arbeiten und sicher auch Kreativität. Wenn dich der Beruf interessiert, dann komm doch an Schnuppern. Und wenn du hoch hinaus willst, dann lehre doch Fassadenbauer oder Fassadenbauerin. Abnehm-Amh. Abnehm. 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 Untertitelung des ZDF, 2020